Kommt zurück zu Yoshi's Crafted World, Schnuffel-Scharaffenlands. Damit fangen wir an, ne? Ja, hm. Und wir haben jetzt in der neuen Folge dabei, weil wir heute neue Level spielen und dann wäre das wirklich langweilig, weil wir in der nächsten Folge wollen wir ein paar Quests machen. So, aber wie der Name schon sagt, werden wir heute Schnuffel sehen. Sehr interessant, glaube ich. Guck mal, ich bin... Warte, geh mal weg von mir. Ich bin ein Monty-Hügel. So, was bist du? Was bist du denn überhaupt? Ein Geschenk. Nein, nein, ich bin dieser Gegner. Auf den kann man einfach stehen. Nein, nein. Nein, sorry. So, egal. Komm, lass mir dir in Ruhe. Das ist Trampolin. Okay. Ist schon etwas... Ist eine Weile her, als ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Oh, lol. Da war so ein Big Guy. Hast du das gesehen? Das ist so ein Fetty. Warte, 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 warte. Warte, warte, in die ich da runterdokon. Was machst du? Hör mal ab du. Woah. Nein, nein. Oh nein, was es gibt. Ich geh den. da gibt mir gleich mehrere früher hatte einen so ein riesen gegeben hat dieses bild abschließend rote münzen nein aber die tun aber weh nicht so nett hier waren du lässt es mal sein würde ich sagen kann man die kann man nicht essen glaube ich aber sind ich nicht essen nicht nicht weil da oben ist es ja aber da oben sind auch münzen ist er nicht noch mal sprich springer okay das nicht mehr okay das hat weh getan das soll ich meine herzen jetzt hast du die genommen an die gibt es noch was ja sehr spannendes commentary auf jeden fall heute über die ich habe noch nicht diesen zurück das war ein befehl warte tschüss der zieht mich an ah ja wer was ah ja warte unten da unten warte 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 puchy wofürs kann das wofürs ist das nicht pokémon ja hier nach links nach links nach links da geht nicht nein hier nach links pass auf pass auf gib her nice ok wir haben nichts verpasst nein 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 oh gott äh bist du tot ja bist du ins äh gift gefallen aua man kann ihn durch den felsen abschmeißen also geh mal weg ach sorry hast du das war ein baum ok ist aus dem felsen ah ah minzen ok gg hast du gut gemacht nein bist schon wieder gestorben ja mal nicht nein hör auf nein ich will nicht wie geht der denn jetzt da 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 ja wir kriegen jetzt keine Hilfe mehr von hier oh auch auch ob da nichts war ich will meine Eier nein ich hab ja ok was soll ich vielleicht muss man hier ja ganz nach unten ah ah hier ich wollt grad sagen vielleicht muss man hier irgendwo nach ganz nach unten ne und ja ok passt hier ich helfe dir kannst wieder hoch so wie lange nehmen wir auf 5 minuten ok nein ey schnell ja 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 das ist ein geschenk das ist ein geschenk geschenk ja das ist warte komm her ich schieße dich an nein warte die herzen nein au jetzt haben wir mehr wegetan au das piekst ja bisher noch wie wärs wenn ok geht nicht ja komm dann gehen wir zurück zu diesen dann gehe ich zurück zu den Schallgeist hier und sammeln uns ein paar Eier ja willst du auch mal ein paar Eier haben? nicht? ne ne hast du genug? nein das ist ein Meiner nein gewehr nein das geht nicht so du kriegst ein Ei ok ne der ist noch eins der haben wir jetzt noch bekommen krass dreck was ist jetzt meins? rote münze warte 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 ich mach nichts weg mit dir so was gibts hier noch gibts nichts ok dann let's go let's go to the city ja so kann man das auch machen so kann man seine Probleme auch lösen oh 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 nicht 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 machen komm wir gehen zurück wir sammeln wir sammeln so viele Eier wie möglich wir brauchen da bei so einer Aufgabe immer ganz viele Eier geht zu schnell nein naja mir auch egal ich lebe noch ja natürlich du kannst nicht sterben in diesem Spiel in diesem Spiel achso es ist ein 2019 Spiel das hat alles gut so du bist dran wird das jemand schaffen guck mal dieser Monty Die Lüge kann sich bewegen. Nein! Nein, nein, ja! Okay, komm, reicht, komm. Eins noch. Eins noch. Komm jetzt her. Du kannst nicht mehr tragen. Die fallen durch den Boden, siehst du es nicht? Okay, dann bist du blind. Nein, noch nicht. Okay, du machst. Reit? Ja. Äh, da! Nein! Ja, ich hab's! Nice! Okay. Ich warte, bis du vorgehst. Nein! Aua! Juhu! Juhu! Aua! Nein! 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 Game Ovo! Game Ovo! Nein! Nein! Ja! Ich glaub schon. Nein! 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 Das Gestüben! Nein! Das Gestüben! Warte, ich mach das! Warte, ich mach das! Warte, ich mach das ja! Ja! Eigentlich dürfst du keinen Schaden bekommen, weil, weil du hast, äh, die gleiche Farbe wie das Gift. Ja, oder? Thank you for your green. Komm, lass mir nur. Ich will... Pfff! Die, die! Ui! Das sind meine, das sind meine! Ich auch! Warte, hier, komm nach oben! Warte, nein, 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 hier! Warte, warte, erstmal nach oben! Okay, warte, jetzt! Warte, mach so ne Stammvartei! Hoia! Oh damn, ich hab die umgebracht! Oh! 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 Was? Ich bleibe! Ich bleibe! Nein, nein, das hast du es gemacht! Wir brauchen die! Ach so, unsere Kostüme sind beide weg! Warte, ja! Ich hab geschafft! Ja, aber ich hab die Herzen gehabt! Nein! Meine Herzen! Danke! Was war da drin? Und, äh, Münzen. Uns fehlen noch 6. Weil die Herzen werden wahrscheinlich noch mal machen müssen. Machen wir dann aber off-screen, denke ich. Nein, gibt's! Wie soll ich am März machen? Ja, nimm die Eier. Ich mach schon mal weiter. Pass auf. Ich pass immer auf, Schatzi. Äh. Wie? Welch ist das? Okay, wenn ich nicht so passt. Okay, let's go, let's go, let's go! Let's go to the city! Was hast du? Mama! Mama mia! Bootschi! 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 Meine! Meine! Ja, ich hab alle! So, es ist fast alle! Warte, warte, lass doch links! Da gibt's doch schon noch was! Hier drin? Nein, nicht da drin, sondern hier oben! Ach, lol! Ge- Warte, da rennt, da drin! Ach, schade, ich dachte, da wäre auch noch was gewohnt. Hier, Bootschi! 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 Haha, nein, Spaß! Ja, wir müssen das nochmal aufscreen machen, aber ich hasse diese Äpfelmission! Das ist die zweite bisher! Die erste war AIDS! Warte, da gab's doch was! Ich glaub ich! . Nein, nein, ist mein hier faunekontornis durch... Ne! Ne, lass zurück! Lass zurück! Okay! Was machst du? Der Arme. Oh Gott. Achso, stimmt. Sorry. Was machst du? Sorry. Ich komme nicht mehr hoch. Ich chill ja wenig. Ich komme nicht hoch. Pucci? Ich komme nicht hoch. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Guck mal, wie lange sagt er. Pucci? Na jetzt. Aua. Ja, ich bin immer noch drin bei ihm. Okay. Ah, da unten. Da kann man bestimmt noch durch und dann ist da unten was. Ja. Pucci. Pucci! Pucci! Ich habe alle... Ich habe alle ganzen Herzen, oder? Ja, ich darf nicht sterben. Ich habe die Herzen. Er will zurück. Nein, nicht so schnell. Und der Hintergrund ist glaube ich noch was gewesen hier. Ja, schau da. Das ist irgendwo so ein Tortending. Pucci, komm mal runter. Da oben ist was. Ja, nice. Okay. Hä? Eine übersehen? Ja, das war doch die mit den Äpfeln. Achso, ja stimmt. Wir haben rote Münzen übersehen. Nein. Das ist doch nicht das Ende. Doch. Hier ist das Ende. Ja. Warte, kann Pucci schon ins Ziel gehen? Woher ging ihr wieder hin? Hier warte mal? Ja warte mal... Ja warte mal! Tudu, tu, tu, die, tu... Yoshi! Yoshi! Ya boi, ya boi. Yoshi... Yeah. okay uns fehlen sechs rote münzen die müssen noch mal nach denen suchen und eine blume ein benjamin blümchen fehlt uns die könnte man anfangen ja hier sind zwei da kann ich bitte nein kann ich nicht kann und oberste messen sind man muss kriechen damit man da reinkommt habe ich gar nicht gesehen okay hier gab es zwei aber uns fehlen immer noch vier doch warte einen moment ja ich wollte gerade sagen was ist wenn dahinter was ist er kommt ja ich bin ganz super tolle spiel ich steig von mir abschiebt ja oh mein gott nein die münzen die roten münzen ey warte 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 hier drauf lol als ob als ob die jetzt hier waren ja moin okay wir haben alles oder check alles ja alles okay putschi süßer schnuffel u r prefer warte �ats ​​ vater o das visto mad alle Lass mir das Gespräch lieber. So, das ist aber auf jeden Fall der Name des nächsten Levels und ich lenke grad überhaupt nicht vom Thema ab. Was hast du, komische Gedanken? Das ist nicht wichtig. Yoshi! Das hat ja Magnet auf dem Kopf. Guck mal, der trägt das, siehst du das? Der trägt das. Oh lol, komm her, komm her! Lol! Okay, ich bin unten. Waaah! Nein! Yoshi! Äh, wot? Was? Ich dachte, okay, das scheint irgendwie eine 20 oder so. Nein, noch nicht. So! Aua! Hier kann man rein. Echt? Oh! Yoshi! Oh, was ist denn für ein süße Kleiner? Aua! Franzi, lass mich noch... Ich will den süßen einfangen. Kann man nicht. Kaputt machen! Wollte dann lieber nicht, der oben ist so... Ich wollt grad sagen. Meins! Ja, oder sonst... Ja, warte, gib mir auch mal welche. Bring ihn um, ich mag ihn nicht. Das sagte... Äh, ja, das war's. Komm. Ah, nein, 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 noch nicht! Was ist, wenn hier unten noch was ist? Hier zum Beispiel. Ha! Ich bin gut. Ja, Mann! Vier! Das war wichtig. So, wie geht's weiter? Achso! Nein, was machst du? Sorry! Sorry! Oh, es gibt ja gar nicht so viel. Es gibt nur sechs. Komm, geh weg von mir. Was ist denn dein eigenen Josch? Dein eigenen Josch? Das ist Joschis voller Namen, falls es nicht wusste es. Joschua. Äh, wie soll ich denn voll leben? Ich hab doch grad Schaden gekommt. Du hast immer noch voll Leben? Ach, weil... Ich weiß, warum, weil ich doch dieses Team hatte jetzt... 3 Minuten. Aber jetzt nicht mehr. Aber jetzt nicht mehr. Man, bin ich denn... Nun, du hast die Herzen. Ich würd's dir nur sagen. Ja, deswegen glaub ich einfach noch mal. Ja, das ist immer noch mal. Ja, ich hab' noch die Herzen. Hä, sei denn noch nicht. Ja, weil ich mich runtergefallen... Oh Gott, pass auf. Pass auf, du musst fahren. Ich hab doch gesagt, aufpassen. Du weißt doch auch. Jaja, das sagt er immer. Das hat er immer gesagt, Leute, das sagt er immer. Warte doch, was machst du? Oh Mann, ich hab sie nicht gesehen! Warte, was ist denn hier? Ne. Nein! Kommst du? Kommst du? Aua. Wir müssen uns umgucken, okay? Nein! Ah, die ersten müssen auf jeden Fall nochmal neu machen. Ich seh schon. Warte, 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 warte. Ich geh nach rechts. Nein, ich geh nach rechts. Okay, ich geh nach... Ja, was ist für ein Stern? Äh, ich mein, äh, Blume. Mike hat Stern gesagt. Moon. Ich bin tot! Echt? Ich bin halt wirklich gestorben, ich hatte keine Herzen mehr. Ich hab ein halbes Herz, mein Kopf. Wieso? Ich fängte mich einfach hoch. Ich muss gedrückt halten. Mach ich doch, aber dann fliegt er so. Ah jetzt. Ah jetzt. Ah ja. Kann man das ausstellen, irgendwie das fackt voll ab. Ja, das hat super... Oh, okay. Ah nein! Ich komme. Nein! Deine Eier! Ach so, lass nur. Hat sich falsch angehört, aber lass uns das mal. So stehen. Okay. Nein! Okay, wir sehen uns. Was? Ich schaff's noch. Ja, ich schaff's noch. Ehe frisch. Das Ding hat nicht gewartet. So, gib her. Nein! Nein! Wir werden nicht Bauchreie haben! Ich glaube, die haben ja. Ich glaube, die haben ja. Ich hab keine. Lass... Warte! 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 Ich geh mal hier gegen. Das sieht so aus, als wäre was. Guck, was ich mache mit meinem Kopf. Siehst du's? Ich komm nicht hoch. Guck mal mein Kopf. Warte da mal. Entschuldigung. Aha! Oha! Nein, naa! Ah! Nein! Was ist wenn... Ach so, das bin ich. Warte mal! Ich wollte gerade sagen, was wenn... Kommt man hier! Da ist was! Was, wenn da was ist und dann ist hier was. Hier ist nichts, da. Nein! Ich hab nichts gesagt. Hä, nein! Ich hab dann einer noch. Ich hab den Vogel. Der Vogel. Womono! Zweitreffer. Ich krieg nur zwei. hatte kann man kommen auf mich drauf ist nix nicht 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 ach so das sind sie gut das war wichtig ich muss behaupten jetzt wird er nicht zufrieden ich bin das in den gegner der war so da auch stahl du bist du bist du bin ich bin das ist ein seines war muss bei greifen naja ja das war normal ja gerade kommen das mich halt alles nehmen was haben wir allerdings kann Das kann man nicht lernen, das stirbt man. Okay, wenn du das sagst. Ich spiel schon 50 mal durchgespielt. Komm. Komm. Ja, ich komm gerne. Nein! Junge! Wow! Wie soll man da lebendig durchkommen? Ich weiß nicht, warte da unten war was. Da oben ist auch ne Blume, hier ist ein Secret. Ich hab das voll übersehen. Nein! Alles gut. Nein, wir haben ne Blume übersehen. Alles gut. Alles gut, ja. Komm. Die Blume ist hier. Nee, die Blume ist hier, wo es weiter geht. Warte, hier ist ein Geschenk. Ich meine ich ja, das ist die Blume. Das ist eine rote Münze. Achso, ja stimmt, sorry. Das ist echt so. Ach, hier ist was. Oh, Dankeschön. Das war sehr lieb von Ihnen. Übersehen. Kommst nicht mit den Herzen mit, nein. Das sind meine. Nein, meine Herr. Ich will meine zwei Eier haben. Das hat sich falsch angenommen. Na, da kann man lang. Da geht's weiter. Du Döde. Okay, dankeschön. Sehr lieb von Ihnen. Oh nein. Wir haben irgendwo ohne Blumen übersehen. Das weißt du, ne? Mir egal. Schaffst du es noch ohne. Komm, ich helf mit. Schaffst du es noch. No, da war ne rote. Das war wichtig. Halt zu auf. Komm, halt zu. Gepär den Shit. Ach, also ich darf keine mehr holen. Nö. Das ist nicht wichtig. Das ist nicht relevant. Ey, meine Eier sind jetzt weg. Waaah! Doch, da war eine Rusche. Oh. Voll motiviert. Wobel töten. Bestimmt gibt's ne Quest, wo man alle Vogel abschießen kann. Ja, weil die so versteckten sind. Ja, weil die so versteckten sind. Ja, dann wird die Folge auch direkt der Ende sein, nachdem wir das die beiden Level durch haben. Dann müssen wir jetzt alles kaputt machen hier. Hier ist ein Knopf. Der macht nichts. Na, was machst du? Ah! Komm her. Warte doch, Mann. Ich warte doch. Versuch mal nicht zu sterben. Okay, zurück geht's. Nein. Oh mein Gott. Alles gut. Mach das schon. Komm. Eine rote. Nein, auf! Ich will alleine leben. Ich will ohne dich leben. Warte doch, warte doch nicht, bitte. Da geht's, da geht's, da geht's, da geht's, da geht's, da geht's, da geht's. Scheiße, ich hab's okay. Da ist ne Blume. Ja, eben. Nice. Okay. Uns fehlen zwei Blumen. Einer mir überpasst, einer bin ich tot. Und eine sollte noch kommen. Sammeln kommt mir aber länger vor als das letzte. Ja, ich würd gern auch noch gut drauf. Ui. Ja. Ui. Alter, ich krieg vor viel Damage. That's so lauter Damage. Okay. Ui. Stell dir das hier im Einzelspieler vor. Warte, warte, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Warte auf mich, warte auf mich. Nein, nicht ins Ziel, nicht ins Ziel, nicht ins Ziel, nicht ins Ziel, nicht ins Ziel. Wir haben doch schon eine Rote. Achso. Nein, ich will ins Ziel. Nein, nein. Okay. Nein. Wie weit ich geflogen bin. Warte, komm mir hin. Bum. Huuu. 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 So, dann werden wir jetzt, äh, einer von uns wird, äh, Herzen sammeln und der andere wird dann gucken, wo die dritte Blume ist, ja? Hab ich zumindest so mehr. Oder du? Hilfst mir. Nee. Komm, ne. Oh, wir können schon in den nächstes Bereich. Das wäre, nein, nicht, 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 nicht. Als nächstes wäre, äh, Folge 11, denke ich mal, wenn wir dann da hinkommen. Okay. Ich möchte das haben. Hier. Willst du alles auskaufen? Was ist denn? Kauf mir alles leer. Oh, jetzt kauf ich leer. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Ja, weil man, weil ich alle gekauft habe. Ach so. Ich habe alle gekauft. So, was gibt's hier? Schwingling, das ist cute. Cupcake! Ja, Cupcake sah mein bester aus. Rosa Kaffeesahne. Ah ja, jetzt kommen wir die ganzen Farben durch. Gestreifte Windmühle. Wieso gibt's sowas? Wie kommt man auf das? Blaue Wolle. Okay. Eichhörnchenstack. Wie kommt man auf das? Dieses Bild davon. Rosa Makaron. Makaron. Okay, alles klar. Ich kann auch, was das ist. Karierte Windmühle. Es sieht so aus wie ein Pokémon. Rote Wolle. Y und X. Diese äh... Minz Macaron. Ja, ja. Ich weiß was du meinst. Die meinen den Pokémon-Pitro . Alright! Dann... Ich zieh erstmal... Ich zieh erstmal... An... Ab. Was? Ich zieh erstmal... Ich zieh sich erstmal ab. Böfi! Darf ich's nicht helfen? Ach ne. Schade. Dann nehme ich erstmal... Ich nehme erstmal den Schwingling. Schwinglingling... Und alle Affen singen. Expresso. Na komm, nehmen wir das mal. Vollständig! Juhu, 100%! Okay, dann werden wir kurz nach der Blume suchen gehen. Und die Leben auffüllen und... Nach Hause. Na, nach Hause gehen. Das nehm ich jetzt auf. Der ist jetzt zweimal in Folgen runtergefallen. Oh, schade, komm. Noch ein drittes Mal für uns. Da oben! Ich wollte gerade sagen... Der hat er mal getrickst. Ich hab getrickst. Als ob! Als ob! Ja, okay, warte, was mit dem Leben. Bruder, ich hab kein Leben. So, ich würde sagen... Du kommst schnell. Wir wollen die Folge schnell beenden. Und wir wollen nämlich schnell... Herzen, haben wir Herzen? Nee, wir brauchen noch. Komm, geh ins Ziel. Ich wollte kein Eis mit meinem Haus kaufen. Geh ins Ziel. Geh ins Ziel. Geh ins Ziel. Achso, warte, das ist jetzt hier so'n Dings. Komm, flieg runter. Flieg runter. Oh fuck, ich bin runtergeflogen. Was machst du? Ich sehe nichts. Haha. Nein, warte auf mich. Habe ich eigentlich Leben? Nein, ich hab kein Leben. Also das auch. Okay, mach du. Deinen Skill sehen. Okay. Du gibst jetzt mal den Skill. Okay, komm. Leute. Das Denny Skill. Ich trick's jetzt ein bisschen. Ah ja. Ah, ah. Achso. Klar. Ich sehe es. Tricks. Ich lass lieber. Komm, lass stecken. Du sagst du mal das lieber. Mit dem Skill. Der ist mir heute noch am Schlafen. Hahaha. Schafft das? Wuuu. Wuuu. Warte, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Warte, nein. Warte, nein. Warte, ich schaff's. Ich schaff's noch. Geh nach oben. Wuuu. Ich komm noch. Nicht runter. Nein. Nein. Ich geh ziel. Oder nein, geh ich nicht. Tschüss. Nein. Oh, ja. Ich geh ziel. Ah Gott. Roshy. Roshy. Okay, Leute. Willst du verabschieden? Tschüss. Schmeckt's? Lecker. Ja? Okay. Ja, wir sehen uns. Toll tolles Ende. Die ganze Folge war einfach super. Bestes Commentary ever. Das war so ein schlechtes Comment. Dein Löschi ist eingeschlafen. Der muss sich erstmal ausruhen. Ja, wenn er so fällt, ist doch klar.